Hallo, mein Name ist Christian und ich bin Leiter der Leica Akademie Österreich. Heute geht es um die erwählte Leitfotografie und im Speziellen um den Umgang mit Leica Noctilux. Dazu habe ich jetzt eine Leica M10 mitgebracht, mit dem Leica Noctilux, das eine Lichtstärke von 0,95 hat und dadurch etwas ganz besonderes ist. In der letzten Episode haben wir schon die Grundlagen der Kamera besprochen und nun werden wir diese praktisch anwenden. Fokussieren mit so einem lichtstarken Objektiv erfordert sehr viel Erfahrung und Übung und ist auf einer M-Kamera besonders schwer, dass sie eine Messsucherkamera ist. Viel besser geht es mit der Leica SL, weil man direkt durch die Optik sehen kann, einen großen Sucher zur Verfügung hat und auch elektronische Unterstützung in Form von Fokuspeaking hat. Dadurch kann man auch besser fokussieren und genauer arbeiten. Ich habe jetzt das Leica Noctilux und eine Leica SL mit einem Adapter befestigt, dadurch kann ich auch viel besser Aufnahmen damit machen. Klarer werden wir heute als Model zur Verfügung stehen und anhand von Porträts werden wir zeigen, wozu das Leica Noctilux imstande ist. Und unten hast du dann diese Unschärfe. Das ist auch genug Schärfe. Als Blende nehmen wir beim Noctilux 095, das heißt offenblendig. ISO habe ich jetzt auf 400 eingestellt, damit wir eine relativ kurze Verschlusszeit haben und die Verschlusszeit dann entsprechend gewählt über die Belichtung. Das wäre jetzt in dem Fall eine 160 Sekunde. Schau mal zu mir. Fokussieren auf der SL funktioniert besonders gut mit den manuellen Leica M Objektiven, weil man einfach genau sieht, was die Optik macht und weil man die Möglichkeit hat, kleine Helferlines zu aktivieren. So gibt es zum Beispiel den Daumenknopf hier, wo ich eine schöne Vergrößerung bekomme. Man sieht sehr schön auch das Fokuspeaking. Das markiert mir im Bild die schärfsten Stellen. Man sieht das hier in den Augen das Rot hinterlegte. Dadurch habe ich schöne Kontrolle über die Schärfe im Bild und kann einfach wirklich gut arbeiten damit. Wie Sie an den Bildern hier sehen können, erschafft das Noctilux fantastische Aufnahmen, die einen ganz besonderen Charakter haben. Wenn Sie mehr zum Thema Available Light Photography erfahren wollen, besuchen Sie einen unserer Leica Academy Workshops oder wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie uns im Leica Store oder Leica Shop in Wien. Bei einer Leica mit kleinen Automotive ist eine sehr spannende Straße. Bei einer Leica hat er sich im Leica Kof der Qualität auf den aktuellen Schicht und in Leica Stromnachstattelkopf. bei einer Leica mit dem Produkt in Wien. Wo Sie sind die Kof der Qualität nicht einigen acompañeinigte, oder wo man wie andersherrchen muss, sie sind in Fluss. Was immer noch einmal mehr alsuçãoer in Wien ist das in Wien erinigte. Vielen Dank.